Wenn alle ready sind. Ja, ist vollkommen egal, was die machen. Dodge Swirleys. Winde. Steht locker verteilt. Swirleys sind 5. Und... Dodge Swirleys. 20 Energie. Swirleys und Winde kommen gleichzeitig. Aufpassen. Erst Swirleys, dann Winde. Winde. Nach den Winden geht die erste Gruppe rüber. 5, 4, 3, 2, 1. So, geht rüber. Dodge. So, Navis und die beiden Waris rüber. Sonst niemand. 3, 2, 1. Als nächstes... Anerstar bleibt noch erstmal hier. Dodge den Flammen. Als nächstes Spectral und Gucci rüber. Okay, wir sind wahrscheinlich viel zu früh. Noch die Elds dahinten. Swirley Swords. 50 Sekunden noch. Da müssen alle drüben sein. Dann Anastaria. Is in the Light Eye. Kann man da mal einen großen Fultons nehmen? Ich glaube, da geht ein bisschen mehr. So, dann Mongo. Just do it. Unter Terra. 3, 2, 1. Dissection. Perlbar. Initiate. Jetzt gehe ich rüber. Gruppe Blue Blast noch hier. Und jetzt kommt die auch rüber. So, jetzt passt er auf die Laser auf. 5, 4. So machen wir das auch jetzt hier wieder, wie eben. Jetzt guckt gleich kommt der Laser. Laser kommt. Auf den Laser schauen. Links ist safe. Okay. Okay. 3, 2, 1. Dodge Lump. Dodge Lump. Winde kommen gleich. 3, 2, 1. Winden, Dodgen. Und Swirly's. Aufpassen jetzt. Gleichzeitig Swirly's in den Winden. Plus Laser. Mitte ist safe. Und erste Gruppe kann anfangen, wir machen jetzt schnell, Addressa und wie eben einfach. Wir machen jetzt zügig, gehen wir da rüber, ich calle wer wann geht. So, Nevis, Spectral und Gucci. So, ihr müsst das älter Interrupten drüben, wir haben einen Dot gekriegt. Oh mein Gott. Deutsche Feuer, Reds Nevis drüben, Mungo rüber bitte. Ich kann sie drüben nicht retzen. Und retz sie da drüben. Ist noch keiner mit retzen. Ja doch jetzt. So und die beiden Worries, äh, Laser, links auf den Laser schauen. Danach die Worries rüber. So, dann entriehen die K-LightEye. Lurch Feuer. Anastaria Athera. So, danach, ähm, oh just do it, du und ich. Mit sehr schüttel. Laser. Mitte, save. Ein bisschen weiter rechts. So, just do it, du und ich. Bin schon drüben. Okay. Und dann machen wir das Add. Und dann kommt rüber. Sie kriegt nämlich 100% mehr Damage jetzt. Killt das Add. Hot rein. Tretet sie aus dem Leben. Feuer ab. Jetzt kommt ein Laser von oben. Der dreht sich. Und der macht rechts. Das war's. 20% ist vorbei. Oh man, wie bitter. Wie bitter. Ja.